Hallo Zocker! Ich bin's, euer Onkel Jo von Spiele-Tipps. Ihr habt bestimmt, so wie ich, dieses Machwerk von RTL gesehen, das dabei explosiv gesendet wurde. Trotzdem laufen da teilweise echte, komische Gestalten herum. Wo sie über die Leute, die auf der Gamescom rumlatschen, hergezogen sind, gesagt haben... Ich glaube einfach, die achten weniger auf ihr Äußeres. Vielleicht haben die auch gar keine Zeit einfach dafür, weil man wird ja irgendwie auch süchtig nach diesen Spielen, dann spielt man halt den ganzen Tag. Wir tragen alle Schlabberklamotten, stinken, haben keine Freundin und so weiter. Spieler-Einheitslook. Dunkle Schlabberklamotten, die manchmal etwas streng riechen. So geht's nicht mit uns. Und diese Entschuldigung, wer soll die euch denn abnehmen? Wo bleibt die Gegendarstellung im Fernsehen? Zeigen wir denen einfach, was es bedeutet, wenn man so ein richtig verschwitztes, dunkles T-Shirt bekommt. Also, schickt eure verschwitzten T-Shirts an RTL. Na, das ist doch meine Idee. Wir blenden die Adresse ein, da packt ihr eure Shirts einfach in den Umschlag, schickt es da hin. Ich empfehle vorher noch so einen richtig schönen Waldlauf, damit es auch ordentlich stinkt. Damit ihr nachher nicht oben ohne dasteht, verlosen wir unter allen Teilnehmern noch 33 Spiele-Tipps-T-Shirts. Dafür postet einfach ein Foto von eurem T-Shirt, verschwitzt mit dem Umschlag, frankiert, auf unserer Facebook-Seite und dann seid ihr im Gewinnertopf. Also, haut rein! Das war, was ich الط bevor? Und drinnen! Spiele-Tipps-Tipps-Tipps-Tipps Und dann și drinnen! Ja, diegischen